Hallo, hier ist der Christoph von Schnauers 58 und heute ist ein Päckchen bei mir angekommen. Und zwar vom Frank, vom Kanal SupraCore. Der Andi Haas hat ja so ein Rundschreiben gestartet mit einem Päckchen, wo Material drin ist für Messer herzustellen. Irgendwelche Sachen und das Paket ging zuerst zum Frank und ist jetzt bei mir gelandet. Und da mache ich mal ein kleines Unboxing. Und wenn ein Paket vom Frank kommt, was nimmt man da am besten? Ein 2D. So. Da wollen wir doch mal da reingucken. Ah ja, das hat damit nichts zu tun. Da müssen wir mal reingucken. Ei, wunderbar, leider. Ah ja, scheint so eine Art mirkater zu sein. Da sind die Lederscheiben. Sehr schönes Holz. Ja, das ist natürlich klasse. Das ist natürlich vom Feinsten. Ah, das ist dieser Verbundwerkstoff, den er an einem von seinen neuen Messern hat. Klasse. Und das gibt einen schönen Messergriff. Eher noch zwei. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Material ist. Aber ist auch egal. Ausfragen, Hartwurz. Ach, das ist auch wunderschön. Ein wunderschönes Stück Holz. Das ist natürlich eine Klasse für sich. Eine richtige Menge Sachen reingetan. Wunderbar. Leute, wenn, kommen wir mal alles wieder ein. Wenn jemand das Päckchen haben möchte und sich an diesem Passaround beteiligen möchte, der kann mir eine PN schicken und dann geht das Paket von hier aus zu ihm. Ansonsten geht es wieder zurück zum Andy Haas. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.